Ich habe jetzt nochmal mit dem Arzt telefoniert und er meinte, ich soll mir die Spritze jetzt geben. Eigentlich erst um 20 Uhr, aber es war ein bisschen schwierig wegen den Flügen und dem Flughafen und das alles kühl halten. Ich bin so aufgeregt. Auf jeden Fall soll ich mir die Spritze vom Vitrell jetzt einmal geben. Und nicht die ganzen, sondern ein bisschen mehr als die Hälfte. Oh, Leute. Oh, Mann. Ich kann es kaum abwarten. Ich kann es kaum abwarten. Wir starten einfach den zweiten Transfer. Oh, endlich. Wir haben so lange gewartet. Wir hatten jetzt vier Monate Pause und es geht endlich weiter. Endlich, endlich, endlich. So, wir sind immer noch bestens ausgestattet. So, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich hoffe, ich kriege das hin. Leute, es geht los. Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für Gefühle gerade in mir trage. Ich könnte weinen vor Freude. Ich könnte weinen vor Trauer. Ich könnte schreien vor Freude. Einfach alles. Alles. Alles auf einmal, aber ich freue mich. Und was ich beim letzten Mal gemerkt habe, es hat sich richtig angefühlt, Andrios Geburtstag noch nicht schwanger gewesen zu sein. Und jetzt starten wir noch mal das Flughafen. Es geht los. Wir fahren nach Istanbul erst mal zum Flughafen und ja, dann drei Stunden fliegen. Es ging doch alles ziemlich schnell und spontan, aber wir freuen uns ein bisschen stressig. Aber egal, let's go für unseren Traum. Mandy hat gestern Sam Sebastian Cheesecake gemacht. Und damit er nicht schlecht wird, habe ich ihn einfach hier mitgenommen. Schmeckt? Boah, vertrieben. Rezept von Piki. Nicht geil. Und, wie geht's dir? Ich freue mich. Ich bin aufgeregt. Und ich habe ein gutes Gefühl, die zwei. Und bist du aufgeregt? Ich denke gar nicht so dran. Also ich muss ehrlich sagen, ich lenke mich ab. Bin viel am Handy und so, damit es schneller kommt und die Zeit sich nicht so zieht. Und endlich, dass unser Pops eingesetzt wird. Ich auch. Wir sind endlich in Istanbul angekommen. Kurzer Zwischenstopp. Einmal schnell Fast Food rein, weil es schon fast 1 Uhr nachts ist. Dann geht es gleich ins Hotel und ist müde, oder? Richtig doll. Aber Oskar wollte noch essen. Ja. Hä? Du hast es Hunger? Ich habe dir mein Essen gegeben aus Deutschland. Ich habe Papa, es ist das erste Mal. Weil du auch Hunger hast. Schmeckt ganz okay. Ich habe auch Hunger. Aber es ist ungesund. Aber egal. Auf Schnelle Welle und Morgen erzählen wir euch, wie der aktuelle Zwischenstand eigentlich ist. Und wir haben ja auch ein Meme beim Arzt. Genau. Wie es weitergeht. Wie es weitergeht. Richtig. Hallo Freunde. Hallo, guten Morgen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Arzt und dachten uns, machen wir euch so eine kleine Zusammenfassung. Was bisher passiert ist, das letzte Mal, wo wir ein Video gedreht haben hier auf diesem Kanal, war vor einem Monat. Da waren wir auch in Istanbul. Da wurde eben erkannt, dass Mendi eine Einhorngebärmutter hat und nur ein Eileiter. Ja. Und dann haben wir den Eisprung ausgelöst gehabt. Das war vor drei oder vier Wochen. Und dann wusste der Arzt, okay, meine Periode kommt dann und dann. Und die ist tatsächlich auch zwei Tage früher gekommen, als in meiner App stand. Also ich hatte jetzt wieder einen 28-Tages-Zyklus. Das war auch immer so, als... Also bevor ich mit Rio schwanger war, hatte ich immer, jedes Mal einen 28-Tages-Zyklus. Deswegen, als ich mit Rio schwanger wurde und einen Tag meine Periode nicht hatte, meinte ich zuerst, ich habe meine Periode noch nicht. Und da wussten wir dann, dass ich schwanger bin. Auf jeden Fall ist es jetzt so gewesen, dass ich auf meine Periode warten musste. Und diesmal musste ich nicht am 9. Zyklus-Tag, sondern am 8. Zyklus-Tag zur Frauenärztin, damit der Arzt zwar eben Puffer hat, falls wir irgendwie super spontan zu ihm sollen. Und dann waren wir am 8. Zyklus-Tag, am 10. Zyklus-Tag, also zwei Tage später nochmal da. Und am 10. Zyklus-Tag hat sich leider meine Gebärmutterschleimhaut nicht ganz so gut aufgebaut. Weswegen ich irgendwie auch ein bisschen skeptisch war, dass wir überhaupt nach Istanbul fliegen können. Also ich hatte tausend Gedanken im Kopf und dachte, okay, ich mache mich jetzt nicht verrückt, weil ich kann sowieso nichts an der ganzen Sache ändern. Der Arzt wird es schon hinbekommen. Und dann war ich gestern beim Frauenarzt und dann ging es wieder Schlag auf Schlag. Ich musste die Eisprungstütze geben und jetzt sind wir hier. Ja, das heißt jetzt irgendwie so um den Dreh, hattest du gerade deinen Eisprung oder bekommst du ihn in ein paar Stunden, oder? Ja, das werden wir gleich erfahren, weil wir sind gerade auf dem Weg zum Arzt. Und dann wird gleich ein Ultraschall gemacht, warum das Ganze so ungewiss ist. Nee, hier. Nee, wir laufen mal drauf. Aber hier müssen wir doch wieder. Nee! Ich kenne Istanbul doch schon wie meine eigene Westentasche, weil wir so oft hier waren. Oh, genau. Also das ist ja immer so. So viele Frauenarztbesuche, weil man ja schauen muss, wie sich die Gebärmutterschleimhaut über die Tage aufbaut und wie groß der größte Folikel ist, dann entscheidet der Arzt spontan, können wir anfangen oder nicht, weil wir ja optimale Bedingungen diesmal schaffen wollen. Und die besten Voraussetzungen will der Arzt nur starten. Und das finde ich auch wirklich gut. Also es ist reflezernd, aber es ist natürlich das Beste, weil wir haben nur diese zwei Embryonen. Und die, wie der Arzt das immer so schön sagt, die sind Gold wert. Die sind Gold wert. Das sind unsere Propse. Ja. Und das Gute ist, dass es zwar letztens wegen dem kleinen Eingriff, wo halt die Einhorngebärmutter festgestellt wurde, die Gebärmutterschleimhaut so angeschlagen war, dass wir nicht anfangen konnten, aber dass das keine Langzeitauswirkungen hat und dass man trotzdem damit schwanger werden kann. Was die größeren Probleme sind, ist ja meine balancierte Translokation und Mandys IPEX. Aber deshalb sind wir ja hier, um diese Krankheiten zu umgehen, damit wir einen gesunden Pops kriegen. Was gestern aufgefallen ist, guck mal, ich habe ja nur eine halbe Gebärmutter und ich habe mir übelst die Gedanken gemacht, weil das heißt ja oft späte Fehlgeburt oder Frühgeburt, weil das Baby keinen Platz hat. Aber auch bei einer normalen, da können ja auch mehr Länge wachsen. Drei, vier, fünf, was weiß ich, weißt du? Ja, der Frauenkörper ist schon krass. Da passen schon immer genug Babys rein. Dass der Pops auch in die halbe Gebärmutter passt. Also ich glaube, Zwillinge sind eng, aber ich glaube, das wird klappen. Und irgendwie, sorry, dass ich dir eben sofort gefallen bin, aber... Ich weiß, du bist auch so excited. Ich bin so aufgerechnet und ich kann es doch gar nicht glauben. Dass einfach in ein paar Tagen wieder unser Pops eingesetzt wird und wir dann wieder pupo sind, also schwanger, bis das Gegenteil bewiesen wird. Und ich glaube, die Himmelzeit wird ganz schön aufgeregt. Wir sind wieder im Hotel und der Arzt meinte auf jeden Fall, es ist alles in Ordnung. Also es sieht alles gut aus. Und diese Woche wird der Transfer stattfinden. Genau, wir haben jetzt noch ein paar Medikamente bekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr die vom letzten Video kennt. Acidro, das ist Antibiotikum. Das hatten wir beim letzten Mal auch bekommen. Und dann haben wir hier Pretnol, das ist Cortison, damit mein Immunsystem so ein bisschen geschwächt wird und nicht gegen den Ämpel ankämmt. Genau. Dann Tugestan ist, glaube ich, auch für die Einlistung. Das muss ich aber schon ab morgen, glaube ich, nehmen. Genau, vaginal, morgens, zwei abends und... Und das ist jetzt ein neues Medikament, was dazu kommt. Und zwar ist das vorbeugend für die Gerinnung. Die Gerinnung wurde bei mir auch noch nie getestet, aber der Arzt will es einfach sicherheitshalber mir geben. Und das finde ich auch echt gut, weil die Gerinnung, das ist das, was ich immer in den Kinderwunschgruppen lese. Die ist super, super wichtig, dass da alles stimmt. Und deswegen habe ich jetzt auch erst recht ein richtig gutes Gefühl, weil der Arzt wirklich auf alles achtet. Also hat er auch davor, aber jetzt wissen wir mehr über meinen Körper Bescheid. Also gegen Thrombose so mäßig. Genau. Ja, genau. Heute ist Tag 0. Wir haben so eine Liste bekommen von Tag 0 bis 5. Denn in 5 Tagen ist der Ambio-Transfer. Und da wird unser Pox eingesetzt. Endlich. Das heißt, diese Medikamente so nicht alles jeden Tag. Das hat er jetzt genau aufgeschrieben, wann man in die Was nehmen muss. Aber ja, heute ist Tag 0, das ist Dienstag. Und am Sonntag, am Tag 5, wird dann unser Pox eingesetzt. Ich dachte eigentlich am 9.9. Und da ist nämlich der Jahrestag von Oskar und mir. Da sind wir fünf Jahre zusammen da. Wird aber am 10.9. Ja, am 10.9. Aber wisst ihr, was wir jetzt auch rausbekommen haben? Ich hatte ja übelst die Probleme bei Rio. Ab der 27. Woche hatte ich ja voll den verkürzten Gebärmutterhalt. Und jetzt fühlt sich dieses Rüssel, weil jetzt kennen wir meinen Körper viel besser. Und der Grund, warum mein Gebärmutterhalt so schnell, so drastisch sich verkürzt hat, war scheinbar die Gebärmutterfehlbeutung, die ich habe. Diese Einhorn-Gebärmutter. Genau, die Uterus-Unicornis. Ich vermute auch, dass daher auch dein harter Bauch kam. Aber das wissen wir nicht genau. Aber jetzt haben wir so einen Anhaltspunkt, woran das gelegen haben könnte. Und Mandy muss alle zwei Wochen während der Schwangerschaft, wenn es klappt, inshallah, muss sie dann marginal zum Ultraschall, um den Gebärmutterhals zu checken, ob der nicht verkürzt ist. Weil wenn ja, dann brauchst du so ein... So ein Knoten muss da drüben gemacht werden. Und den Gebärmutterhals. Genau, also... Damit der sich nicht verkürzt. Ja. Das wird aber dann nicht kontrolliert. Genau. Genau. Ja, jetzt hoffe ich erst einmal, dass es klappt. Ich bin echt aufgeregt. Weiß nicht, wo mein Kopf steht, aber... In fünf Tagen geht's los? Ja. Zwei Tage vor dem Einsetzen und uns ist ein kleines Malheur passiert. Und nein. Also Leute, ich bin super streng, was die Einnahme von den Medikamenten eingeht, weil ich weiß, dass ich mich so streckt daran halten muss. Und ich habe alles da liegen, wo ich es brauche. Das Antibiotikum hatte ich immer dabei, weil ich das nach Mittagessen nehmen musste. Und mein Cortison, das musste ich nachts nehmen. Und meine schuldigen Tabletten musste ich morgens nehmen, deswegen liegen sie neben meinem Nachttisch. Und auf einmal waren die Cortison-Tabletten weg. Es war nur noch eine drin. Und es war halt, die Verpackung war leer, außer eines... Komm doch zum Punkt. Die Tablette war weg. Ja. Die haben eine wichtige Tablette verloren. Ja, die haben sie weggeworfen. Genau, und wir haben direkt überlegt. Mandy ist fast so in Panik ausgebrochen. Ja, das war echt. Und hat fast angefangen zu wein. Und dann habe ich gemerkt, okay, es ist wichtig. Unabhängig davon jetzt. Ich denke, ohne die Tablette hätte es trotzdem geklappt. Aber trotzdem willst du alles nach Flammen machen. Und ich habe gemerkt, sie weinte schon, ich breche ab. So, das wird nix. Und ich so, okay, es ist ernst. Ich muss es ernst nehmen. Ich bin in mich gegangen, habe überlegt, was sind die Lösungen. Wo ist der Müll? Wo könnte die Tablette sein? Wo könnte eine Apotheke sein? Arzt anrufen, Rezeption. Und... Das ist die Lösung. Ruhe bewahren ist immer Schritt eins. Nein. Fällt natürlich schwer mit einer aufgewaffneten Frau. Aber Hauptsache, wir haben jetzt eine Lösung gehabt. Walina, Türkei hat alles auf. Oskar meinte, ja, der könne morgen uns zum Kümmern. Das war einer meiner Lösungsvorschläge. Damit brauchst du nicht reinkommen. Nein. Da haben wir nach anderen Lösungen gesucht. Eine gefunden, das ist das Wichtigste. Wir haben zusammengehalten. Und Gott sei Dank haben die Apotheken hier das Nullo auf. Warum noch nicht mal so weit? Und Gott sei Dank kriegt man alles um den Rezept. Und der Arzt war auch noch wach und meinte, ja, die Apotheke kriegt hier sowas. Das haben wir dann auch geschafft. Also kann der Kinderwunsch weitergehen? Ah, es geht los. Wie fühlst du dich? Gut, richtig gut. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Wir müssen aber jetzt los. Heute ist der Tag. Ja, wir werden ja auch glücklich kommen. Und ich bin so aufgeregt. Es ist schön, so ein neues Leben entsteht. Wir sind jetzt unten im OP. Und Oskar darf auch dabei sein. Das bedeutet für richtig viel. Und ja, jetzt warten wir kurz. Und langsam. Ich muss echt sagen, der Weg hierher war richtig emotional, weil ich aus dem Zimmer gekommen bin. Und dann hat sie die Kette gesehen und meinte, oh. Und da musste ich als Brich zu doll an Bubashi denken. Ja, es ist echt emotionaler als beim letzten Mal. Ja, finde ich auch. Das wird... Unsere kleine Familie wird größer. Ja. In ein paar Minuten bist du Pupo. Ja. Wir sind Pupo. Pupo heißt pregnant until proved otherwise. Also schwanger, bis was anderes bewiesen wird. Und wir hoffen, dass niemals was anderes bewiesen wird. Und bis das Baby dann irgendwann auf der Welt ist. Ja, und tatsächlich können wir am 19. schon testen, meinte der Arzt. Dann wollen wir zum Arzt gehen und ihn testen. Heute ist der 10. also in 9 Tagen. Ja, in 9 Tagen und 19. ist ja auch Windows Geburtstag. Also am 19.7. Und... Ah, der 19. Vielleicht bringt das ja auch. Ja, aber machen keinen Green-Test, sondern einen Blue-Test. Ja. Damit wir safe sind und nicht wieder ein falsches Ergebnis rauskommt. Oder wir irgendwie durcheinander werden. Blue-Test ist halt genauer. Aber auf jeden Fall ist das Zukunftsmusik. Erstmal heißt es Darm drücken, hocken. Er meinte auch... Also der Arzt war eben noch da, der passt echt so gut auf uns auf. Er meinte, keinen Kopf machen. Machen Sie die Sachen, die ihm auch sonst Spaß machen. Mandy soll jetzt eine halbe Stunde auf Toilette, eineinhalb Stunden... Können wir gehen. Und alles machen und spazieren gehen. Ja. Und die Qualität ist 4AB. Er meinte, es ist sehr gut. Und... Genau. Ja, das wird... Das wird auch schön. So sieht der Embryo aus. Nach Vergrößerung ist es schön rund und sehr, sehr gut entwickelt, meinte er. Und so sieht das Ganze in Mandys Bauch aus. Der kleine weiße Punkt ist unser Embryo. Der macht es sich jetzt irgendwie üblich in deinem Bauch. Ja. Und mistet sich ein. Und du meintest ja innerhalb von 24 Stunden. Ja, das merkt man dann auch schon eigentlich, wenn sich das einnistig. Eigentlich müssten wir noch weiter filmen und gucken, ob ich einzeichne habe. Oder machen wir ein neues Video. Ich würde sagen, neues Video oder einfach gar nicht so auf uns zukommt. Genau. Ablenken. Eigentlich müssten wir uns jetzt krass ablenken. Und ja, wir werden euch auf dem Laufen halten. Und ich hoffe, dass der kleine Pops sich festbeißt. Okay, Freunde. Und danke, dass ihr bei uns seid, an uns denkt und uns die Daumen trifft. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal hier. Lachen wir sehen. Tschüss. Tschüss.